Hey, ich bin Olivia und meine jüngere Schwester heißt Emily. Sie hält sich für besser als alle andere. Sie hat dir von meinem Dad erzählt, erinnerst du dich? Du kannst dir ein Video ansehen, in dem du hier draufklickst. Ich bin mir sicher, Emily hat dir erzählt, dass ich dumm bin und mich nur für meine Insta-Fans und das Geld, das ich mit meinem Insta-Account verdiene, interessiere. Aber ihr müsst euch meine Version der Geschichte anhören, denn das stimmt einfach nicht. Eines Tages war ich dabei, im Wohnzimmer live zu streamen, als jemand an die Haustür klopfte. Ich öffnete sie und sah einen seltsamen kleinen Mann dort stehen, mit einem gruseligen Lächeln im Gesicht. Aber er roch wirklich gut. Er sagte, hi, ich bin Noah. Ich bin auf der Suche nach deinem Dad. Ist er zu Hause? Ich antwortete, nee, er ist unterwegs und sucht einen blöden Job. Ich wollte ihm gerade die Tür vor der Nase zuschlagen, als er sie plötzlich wieder aufstieß. Ich schrie. Ich dachte, er würde mir wehtun. Er nahm seine Brille ab und sagte mir, ich solle ruhig bleiben. Er sah ohne seine Brille viel harmloser aus und sein Gesicht war weicher. Ich sagte, okay, kommen Sie rein. Der Mann setzte sich auf die Couch und sagte, ich weiß, du erinnerst dich nicht an mich, Olivia, aber ich kenne dich. Und dann holte er eine Zwiebel aus seiner Tasche, roch daran und nahm ein Bissen. Das war so schräg. Ich verlangte, dass er mir sagte, wer er ist, aber plötzlich hörte ich draußen Geräusche. Ich wusste, dass es meine Familie war. Ich wollte nicht, dass sie denken, ich hätte etwas Dummes getan, indem ich einen Fremden hereinließ. Also ergriff ich die Hand des Mannes und schob ihn in den Schuhschrank. Ich gab ihm einen 100-Dollar-Schein und sagte ihm, er solle dort warten. Ich schloss den Schrank ab und ging. Nach ein paar Stunden, während wir zu Abend aßen, sagte Dad, dass er eine Ankündigung zu machen hätte. Ich kann Gott nicht genug dafür danken, dass er mir noch eine Chance gibt. Mit meinem, ich gehe nach Harvard, unterbrach ich Dad. Alle starrten mich an und brachten in Gelächter aus. Dann sagte die nervige Emily, haben Sie das neue Einkaufszentrum Harvard genannt? Ich wollte sie gerade hauen, als Isabelle, meine älteste Schwester und die einzige, die immer auf meiner Seite war, mich aufhielt und mich beruhigte. Dad sagte, lass den Quatsch. Olivia ist klug genug, um nach Harvard zu gehen. Mom fragte, ob ich überhaupt angenommen wurde und wann. Ed sagte, oh, noch nicht. Ich habe einen der besten Nachhilfelehrer der Stadt kontaktiert. Sein Name ist Noah. Er wird Olivia helfen, sich auf ihren Aufnahmetest vorzubereiten. Oh, er sollte heute kommen. Ich frag mich, warum er nicht angerufen hat. Was? Alle starrten mich an und an den Blicken in ihren Gesichtern konnte ich erkennen, dass sie wussten, dass etwas nicht stimmte. Emily sagte grinsend, was hast du getan, Olivia? Ich rannte zum Schuhschrank und öffnete ihn. Der Tutor kam heraus und sah wütend aus. Er sagte, ich werde dieses verrückte Mädchen auf keinen Fall unterrichten. Ich verschwinde von hier. Und er ging. Ich sagte, okay, nimm einfach 100 Dollar mehr und bleib. Aber er stimmte davon. Meine Schwestern lachten mich aus, aber Dad setzte sich für mich ein. Er sagte, dass er Online-Kurse finden würde, um mir zu helfen. Und er schleppte mich in mein Zimmer, um mit dem Lernen zu beginnen. Ich weiß nicht, was Emily euch erzählt hat, aber ihr müsst wissen, dass ich schlauer bin als sie. Schlauer als jeder in dieser Familie. Klüger, auf eine andere Art und Weise. Ich büffelte Tag und Nacht. Als wir endlich den Brief bekamen, haben Dad und ich ihn heimlich geöffnet. Ich war schockiert zu erfahren, dass ich abgelehnt wurde. Ich war wütend und sagte Papa, dass meine Schwestern auf keinen Fall davon wissen dürften. Er sagte, das würden sie nicht. Wir vereinbarten, dass wir ihnen sagen würden, dass ich angenommen wurde und an dem Tag, an dem ich gehen sollte, würde ich mich einfach auf dem Dachboden verstecken. Ich würde nach ein paar Monaten wieder runterkommen, wenn das Semester vorbei war. Ich wollte eigentlich lieber in den Keller statt auf den Dachboden, aber der Keller war schon voll mit den Sachen meiner anderen vier Adoptivschwestern. Sie weigerten sich, mit uns zu leben, aber egal, das ist eine andere Geschichte für ein anderes Video. Am nächsten Tag erzählten wir allen, dass ich angenommen wurde. Keiner glaubte es. Dad zeigte ihnen einen gefälschten Brief und ihr Gesichtsausdruck war unbezahlbar. Am Tag danach schmiss Dad eine Party und als sie vorbei war, sagte er, er würde mich zum Flughafen fahren. Wir hingen einfach herum, bis alle ins Bett gingen. Als Dad und ich nach Hause kamen, sorgte er dafür, dass ich alles bekam, was ich brauchte und sagte mir, er sei stolz auf mich, weil ich so tapfer war. Ich fühlte mich aber nicht mutig, sondern traurig, weil ich meine Insta-Fans vermissen würde. Ich verbrachte ein paar Tage auf dem Dachboden und eigentlich war es ziemlich cool. Nicht so, wie ich es erwartet hatte. Dad kam und brach mir Essen und so. Und ich postete einfach Bilder auf Insta und nahm mir eine Auszeit von all den Idioten da draußen. Alles war toll, bis ich eines Morgens Emily und Sophia aus dem Dachbodenfenster sah. Sophia ist meine jüngste Schwester und ist normalerweise eine Schlafmütze. Ich war überrascht, dass sie so früh wach war. Ich hörte Emily sagen, jetzt, wo Olivia weg ist, können wir es endlich tun. Sophia nickte und sie lachten beide wie böse Stiefschwestern. Worüber redeten sie? In diesem Moment kam mein Vater herein und sah erschrocken aus. Er sagte, er hätte sich mit Mom gestritten und sie wollte, dass er auf den Dachboden geht, bis Gott weiß wann. Ich sagte, das sei Wahnsinn. Das könnte uns aufliegen lassen. Papa stimmte zu und sagte, aber was deine Mutter sagte, war noch verrückter. Sie sagte, dass Isabel letzte Nacht mit ihrem trotteligen Ex-Freund durchgebrannt ist und ihre kleine Tochter bei uns gelassen hat. Ich sagte, dass Isabel erwachsen sei und schon immer dumme Fehler gemacht habe. Also was ist daran neu? Ich erzählte ihm von Emily und Sophia. Er sagte, er würde bei mir bleiben und nachforschen. Dad blieb die nächsten zwei Tage bei mir und es war verrückt. Mom kam hoch, brachte ihm Essen und ging, während ich mich unter dem Bett versteckte. Einmal kam sie rein und flüsterte Dad zu, hey, hör mal, wegen Olivia. Dad unterbrach sie und sagte, dass sie später darüber reden würden. Aber Mama ignorierte ihn und sagte, nein, hör zu, ich denke, wir sollten... Daraufhin steckte sich Papa die Finger in die Ohren und begann, la, 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 zu singen, damit ich nicht hören konnte, worüber Mama sprach. Mama wurde wütend und ging weg. Ich stand auf und verlangte zu wissen, worüber sie redeten. Papa tat so, als hörte er mich nicht und ging. Einfach so. Was war nur in dieser Familie los? Eines Abends bekam ich eine Nachricht von meinem Freund. Hey, ich bin auf dem Campus, wo bist du? Was? Mann, ich habe vor einer Woche absichtlich mit ihm Schluss gemacht, nur um diese Situation zu vermeiden. Was ist heutzutage nun los mit den Jungs? Ich habe ihm ein Bild von mir beim Lernen geschickt. Als ob. Ich schrieb, ich habe im Moment keine Zeit für dich, ich muss lernen. Er antwortete, Gott sei Dank, endlich. Ich war nur wegen des Geldes und des Ruhms mit dir zusammen. Man sieht sich. Was? Ich hatte doch zuerst mit ihm Schluss gemacht. Wie auch immer. Ich suche mir einen neuen Freund, sobald ich aus dem Dachgeschoss raus bin. Am nächsten Tag beschloss ich, mich rauszuschleichen und nach irgendetwas zu suchen, das mir helfen würde, zu verstehen, worüber alle sprachen. Ich weiß, dass es riskant war, aber die Neugierde war stärker als ich. Ich öffnete die Dachbodentür und da waren Isabel und ihr mieser Freund Brad, lachend und flüsternd. Sie erstarrten, als sie mich sahen. Wir starrten uns einen Moment lang an. Ich wusste genau, was ich sagen musste. Ich nahm meinen Mut zusammen und sagte, Hör zu, Schwesterherz, ich liebe dich. Aber nein, dieser Versager kann auf keinen Fall den Dachboden mit mir teilen. Versteck ihn woanders. Sie starrten mich beide schockiert an und dann sagte Isabel, Solltest du nicht auf dem College sein? Ich brach zusammen und gestand alles. Ich erzählte ihr von Emily und Sophia und auch von Mom und Dad. Isabel schaute weg und stotterte. Ähm, nein, ähm, es ist sicher nichts. Ähm, ich glaube, wir sollten jetzt lieber gehen. Sie ergriff Brad's Hand und wollte gehen. Ich schnappte ihre Hand, ging auf die Knie und flehte sie an, mir die Wahrheit zu sagen. Ich geb dir auch mein Zimmer. Das hab ich schon genommen. Tut mir leid, Schwesterherz. Und damit waren sie weg. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war total verwirrt und einsam. Wie konnte sich eine beliebte Influencerin so einsam fühlen? Mir kam eine Idee. Ich bereitete meine Arbeitszeige vor und startete ein Live-Video. Hey Leute, lange nicht mehr gesehen. Ja, ja, ich bin mit meinem Studium beschäftigt. Es ist schwer, die ganze Zeit klug zu sein. Oh, ups, ähm, muss los. Bye. Oh mein Gott, ist das gerade passiert? Ich schrieb meinem Dad eine SMS und sagte ihm, er solle sofort hochkommen. Er kam angerannt und sagte, Was ist los? Dad, ich glaub, ich hab meine Tage. Ich bin nicht vorbereitet. Dad sah völlig schockiert aus und verstand offensichtlich nicht, wovon ich sprach. Ich sagte ihm, dass ich Hygieneartikel brauche. Dad schaute immer noch geschockt und er startete einfach an Ort und Stelle. Ich schrie, Dad, tu doch was. Ja, ja, Schatz, ich werde was tun, sagte er, während er die Treppe hinunterlief. Minuten später hörte ich, wie Dad zur Tür kam und eine Stimme hinter ihm sagte, Dad, was machst du da? Und was hast du da in der Hand? Und diese nervige Emily, sie muss einfach überall auftauchen. Dad lachte nervös und sagte, es sei nichts und sie gingen beide. Eine Minute später schickte er eine Nachricht, in der stand, Es tut mir leid, versuchst ihr etwas einfallen zu lassen. Ich gehe mit allen in den Hinterhof. Ich beschloss, mich in mein Zimmer zu schleichen. Ich fand Brads Unterwäsche auf meinem Bett. Igitt, eklig. Neben seinen Klamotten schlief Isabels Baby. Und ich hatte eine sehr schlaue Idee. Ich beschloss, ihn mit auf den Dachboden zu nehmen. Isabelle hatte mein Zimmer gestohlen. Ich würde ihre Tochter stehlen. Jetzt waren wir quitt. Sie war meine Lieblingsschwester gewesen, aber sie hatte beschlossen, diesen Krieg zu beginnen. Eigentlich war es nicht so schlimm, wie ich dachte, ein Baby zu haben. Sie war echt süß. Eine Stunde später hörte ich meine Mutter schreien, Wo ist das Baby? Alle rannten herum und ich konnte spüren, wie nervös und ängstlich sie waren. Das Baby schlief friedlich neben mir unter einer Decke. Papa kam herein, sah erschrocken aus und fragte, ob ich das Baby gesehen hätte. Kannst du hier drin ein Baby sehen? Ähm, nein. Und er ging einfach weg. Minuten später verließen sie alle das Haus, um nach dem Baby zu suchen. Ich nutzte die Gelegenheit und ging die Treppe hinunter, um nach irgendetwas zu suchen, um zu verstehen, was meine Familie vorhatte. Ich kam in die Küche und sah einen Kuchen auf dem Tisch und Dinge wie Kerzen, Luftballons und Geschenke. Mein Geburtstag war morgen. Hatten sie vor, mich auf dem Campus zu überraschen? Ich war aufgeregt. Aber eine Stimme in mir sagte, Nein, warte, Olivia, du kennst deine Schwestern. So süß sind sie nicht. Ich sagte dieser Stimme, sie solle still sein und aufhören, mir den Spaß zu verderben. Ich hörte Geräusche von draußen und ich wusste, dass meine Familie zurückgekommen war. Ich rannte sofort auf den Dachboden. Ich nahm das Baby in die Arme und rannte zum Fenster. Ich öffnete es und rief, Leute, ich liebe euch so sehr. Sie sahen alle erschrocken aus und erstarrten für eine Sekunde. Isabel schrie, gib mir mein Baby zurück. Ach komm schon, du hast sie verlassen. Dann sagte Emily, du warst also die ganze Zeit auf dem Dachboden. Du warst gar nicht auf dem College. Oh, dein hoher IQ hat dir nicht geholfen, das früher herauszufinden? Aber egal, ich will mich nicht streiten. Ich bin euch wirklich dankbar, dass ihr diese Überraschungsparty für mich geplant habt. Sophia sagte, wovon redest du? Die Party ist für Samantha. Sie ist gerade erst angekommen. Wir haben gewartet, bis du weg warst, damit wir sie hierher bringen können. In diesem Moment erschien ein wunderschönes Mädchen hinter ihnen. Ich schaute ihr direkt in die Augen und sie schaute zurück. Ich war sicher, jeder konnte die Spannung zwischen uns spüren. Ich sagte zwischen meinen Zähnen, Samantha. Sie hob die Augenbraue. Olivia. Mom schnappte, komm einfach runter. Ich ging zu allen ins Wohnzimmer. Samantha war dort mit ihren Taschen. Sie ist meine Zwillingsschwester. Sie wurde adoptiert, als wir klein waren. Damals, als Mama arm war und dead in the Navy. Wir sind nie miteinander ausgekommen, wenn sie uns besuchte. Und wenn ich nie sage, meine ich nie. Sie hatte alles. Reiche Eltern, Ruhm und Schönheit. Sie beschloss, Influencerin zu werden, als ich eine wurde, nur um mir Konkurrenz zu machen. Und jetzt hatte sie mehr Follower als ich. Sie kopierte mich einfach und tat alles, was ich tat. Emily sagte, Nun, das kann ihr was werden, wenn es jetzt zwei Olivias gibt. Samantha sagte, Außer, dass ich schlauer bin als sie. Ich würde nie meinen Zulassungsbescheid fälschen und monatelang auf dem Dachboden bleiben. Das ist einfach zu dämlich. Ich wollte mich gerade auf sie stürzen, als Dad mich aufhielt und sagte, dass Samantha und ich das gleiche Zimmer teilen würden. Ich war wütend und sagte, Warum bleibt sie dann nicht auf dem Dachboden? Sophia rief, Oh Gott, noch eine Story für meine animierte Geschichte. Mama sagte wütend, Nein, keine weiteren Geschichten für diesen Kanal. Wir sind eine glückliche Familie. Ich konnte nicht glauben, dass ich mein Zimmer mit Samantha teilen sollte. Sie legte alle ihre schicken Klamotten und Sachen auf das Bett und sagte, Dieses Zimmer ist viel zu klein für all meine Sachen. Du kannst vorläufig Olivias Platz benutzen, sagte Mom, während sie ein schickes rotes Kleid hielt, das Samantha ihr geschenkt hatte. Ich war wütend und sagte, dass das nicht passieren würde. Mom starrte mich an und ging. Samantha konnte es einfach nicht lassen, allen Geschenke zu machen. Sie schenkte Isabelle eine Schachtel mit schickem Make-up und Parfüm, Emily den neuesten Laptop und Sophia ein blödes Kissen mit einer persönlichen Aufschrift und sie dachte, das wäre das beste Geschenk überhaupt. Wie blöd ist das denn? Samantha fand auch, dass wir ein neues Auto bräuchten, also kaufte sie eins. Dann machte sie Buet zu unserem Fahrer und der Trottel war mir als glücklich. Alle fingen an, Samantha zu verehren. Ich beschloss mit Dad darüber zu reden. Ich fand ihn im Wohnzimmer und sagte, Dad, wir müssen reden, es geht um Samantha. Samantha tauchte plötzlich auf und sagte, sie hatte etwas Wichtiges zu fragen. Sie sagte, sie würde heute Abend eine Party mit ihren Insta-Fans geben. Sie nahm einen Stapel Geld heraus, reichte ihm Dad und sagte, Ich brauche deine Hilfe, um alles zu organisieren, Daddy. Daddy nickte, stand sofort auf und ging mit Samantha weg, als gäbe es mich gar nicht. In dieser Nacht kamen etwa 200 Leute in unseren Garten und Samantha schmiss die verrückteste Party aller Zeiten. Mein Ex-Front war da und er machte Samantha an. Es war ihr egal, obwohl sie wusste, dass er mein Ex war. Ich hatte genug. Ich verließ die Party und ging zurück auf den Dachboden. Lass die kleine, wunderbare Samantha das alles genießen. Sie mochten sie sowieso nur wegen ihres Geldes. Ich öffnete das Dachbodenfenster und schrie sie an, die Musik auszuschalten, weil ich Ruhe brauchte. Dann sagte Emily, Was machst du denn da oben? Ist das dein neues College? Ich sagte, Nein, ich bleibe hier, während ihr es genießt, eine neue, reiche, verwöhnte Schwester zu haben. Sophia sagte, Oh, das ist echt cool. Ich schloss wütend das Fenster und ging ins Bett. Als die Party vorbei war, konnte ich hören, wie meine Familie über den Kauf eines neuen Hauses sprach. Samantha sagte, Dieses Haus ist zu klein für uns. Ich möchte, dass jemand mir in das Strandhaus zieht. Dann können wir ständig Partys feiern. Alle jubelten und klatschten. Ich ging runter und schrie sie an, dass ich das Haus nicht verlassen würde. Dann sagte Samantha, Wer hat denn gesagt, dass du eingeladen bist? Dich nehme ich nicht mit in mein Haus. Ich warf ein Buch nach ihr, aber es verfehlte sie. Dann stellte sich Dad zwischen uns. Er sagte, Ich werde Olivia auf keinen Fall allein lassen. Na schön, sagte Samantha. Du kannst bei ihr bleiben. Alle stimmten ihr zu und gingen. Ich umarmte Dad und weinte. Am nächsten Tag, als ich auf dem Dachboden war, hörte ich Samantha und Emily im Hinterhof reden. Sie saßen auf dem Boden, während Sophia mit diesem blöden Kissen schlief. Samantha sagte, Ich bin so aufgeregt, dass ihr in das Strandhaus einziehen werdet. Ihr werdet es dort lieben. Emily sagte, Da bin ich mir sicher. Außerdem, Schwester Herz, habe ich eine tolle Idee, um sicherzustellen, dass Olivia sich von uns fernhält. Diese Emily, sie war immer gegen mich. Emily sagte, Wir werden ein Annäherungsverbot beantragen. Sie wird immer 100 Meter Abstand von uns halten müssen. Sie kicherten beide vor Vergnügen und das machte mich so wütend. Schön, wenn ihnen das Leben in einem schicken Strandhaus so viel bedeutet, können sie alle gehen. Wenigstens hatte ich Papa. Den ganzen Tag liefen alle wie wild herum und packten ihre Sachen, während ich auf dem Dachboden schmollte. Am Abend, als alle abfahrbereit schienen, rief mich Mama nach unten, um sich von allen zu verabschieden. Ich setzte mein Pokerface auf, aber innerlich war ich wirklich traurig. Ich konnte nicht glauben, dass sie wirklich alle gehen würden, anschließlich Isabel. Emily sagte mit einem Grinsen, Oh, da wäre nur noch eine Sache. Du musst dieses Papier unterschreiben. Ich wusste, dass es das Annäherungsverbot war und es war mir egal. Ich würde mich am liebsten eine Million Meter von ihnen fernhalten. Gerade als ich unterschreiben wollte, stürzte Samantha nach vorne und rief, Nein! Wir starrten sie alle an. Sie brachen Tränen aus. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass das Mädchen irgendwelche Gefühle hat. Samantha sagte, Es tut mir so leid. Ich kann das meiner Schwester nicht antun. Sie sah mich an. Fette Tränen kullerten ihr über die Wangen. Alle denken, ich sei der glückliche Zwilling, der die reichen Eltern und das schicke Haus hat. Aber was ich je wollte, ist, bei meinen eigenen Eltern und Schwestern zu sein. Ich habe das alles nur getan, weil ich neidisch war, Olli. Ich starrte sie ungläubig an. Erwartete sie tatsächlich, dass ich ihr nach allem, was sie getan hatte, verzeihen würde? Ich sagte, machst du Witze? Jetzt? Nachdem ihr mir das Leben zur Hölle gemacht habt? Ich verzeih dir auf keinen Fall. Samantha schaute mich unbeholfen an und trat näher heran. Ich war bereit, mich zu verteidigen. Aber zu meinem Schock schob sie mir eine Schachtel ins Gesicht und sagte, Hier, das ist für dich. Es tut mir wirklich leid, Schwesterherz. Ich sah mir die Schachtel an. Es war das neueste iPhone. Oh mein Gott! Ist das hier wirklich leid? Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich tatsächlich Mitleid mit Sammy. Mir wurde klar, dass, obwohl ich meine nervigen Schwestern manchmal umbringen wollte, es auch so viel Spaß gemacht hatte, mit ihnen aufzuwachsen. Ich umarmte sie fest. Mama und Dad zogen uns alle in eine große Umarmung und sagten, es hätte ihnen leid und sie hätten nie wahrgenommen, wie einsam Samantha gewesen sein musste. Dad sagte, wir müssen alle zusammenhalten, Leute. Keiner geht jetzt. Emily sagte, können wir trotzdem alle zusammen im Strandhaus wohnen? Das ist bestimmt viel schöner. Wir lachten alle und Samantha drehte sich zu mir um. Geh deine Sachen packen, Olli. Wir zogen in unser neues Haus und Isabel, Brad und ihre Tochter bekamen unser altes Haus. Ich freute mich für alle.